Die Geschichte des deutschen Staates seit 1867 Staatliche und territoriale Entwicklung aus Sicht des Staates, bei der kleine Gebietsaustausche unberücksichtigt bleiben. Der deutsche Staat, wie er seit 1867 existiert und seit 1949 Deutschland im Namen trägt, ist ein Zusammenschluss mehrerer, jedoch nicht aller, deutschen Staaten in Mitteleuropa. Folgende Namen hatte dieses völkerrechtliche Subjekt bisher. Gegründet wurde es am 1. Juli 1867 unter dem Namen Norddeutscher Bund. Ab 1. Januar 1871 Deutsches Reich, auch Zweites Reich, Weimarer Republik und später Drittes Reich genannt. Seit dem 26. Juli 1943 Großdeutsches Reich, auch Drittes Reich genannt. Seit dem 23. Mai 1949 Bundesrepublik Deutschland, zuerst Bonner Republik, dann Berliner Republik genannt. Der deutsche Staat hatte während seiner Existenz verschiedene Flaggen. Seine erste war 1867 die des Norddeutschen Bundes, welche 1871 die Flagge des Deutschen Reiches wurde. Schwarz-Weiß-Rot. Schwarz-Weiß stehen hierbei für den Staat Preußen. Die Farben leiten sich von einem schwarzen christlichen Kreuz auf weißem Grund des deutschen Ritterordens ab. Rot steht für die Hansestädte. 1919 knüpfte die Erste Deutsche Republik an die Flaggentradition der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 an, die ein vereintes, demokratisches und freies Deutschland anstrebte. Schwarz-Rot-Gold fand auch bereits während der Frankfurter Paulskirchen Regierung als Flagge des Deutschen Bundes Anwendung. Die Farben gehen dabei zurück auf die Uniformen des Lützowischen Freikorps während der Befreiungskirche gegen Frankreich. Zudem knüpfen sie an die Farben des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen in Form eines schwarzen, rot bewährten Adlers auf goldenem Grund an. Da viele Menschen die neue Republik für die Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich machten, gerieten die Farben in Misskredit. Daher wurden sie nach dem Wahlsieg der Nationalsozialisten 1933 wieder durch Schwarz-Weiß-Rot ersetzt. Jedoch nur kurz, da die NSDAP ihre Parteiflagge, die Hagenkreuzflagge, 1935 zur Flagge des Deutschen Staates erklärte. In ihr fand sich lediglich die Farbkombination Schwarz-Weiß-Rot wieder. Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg verboten die Alliierten sowohl Schwarz-Rot-Gold als auch Schwarz-Weiß-Rot. Die Besatzungsmächte ordneten 1946 an, dass alle Schiffe zur Identifikation die internationale Signalflagge des Buchstams C für Kapitulation führen mussten. Blau, Weiß und Rot repräsentierten dabei die Nationalfarben der Westalliierten. Es wurde lange überlegt, welche Flagge die neue Republik tragen sollte. Um die Rechtskontinuität zu unterstreichen, entschied man sich schließlich für die Farben, die sich der deutsche Staat in seiner Form als erste Republik gegeben hatte. Schwarz-Rot-Gold, die für ein vereintes, demokratisches Deutschland stehen. Nach dem Sieg Preußens und seiner Verbündeten über den Deutschen Bund und die Bundestruppen wird der Deutsche Bund aufgelöst. An seine Stelle tritt in Norddeutschland der Norddeutsche Bund, bestehend aus 22 deutschen Staaten unter der Führung Preußens. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg treten Baden, Bayern, der Darmstädtische Teil Hessens und Württemberg dem Norddeutschen Bund bei. Der Norddeutsche Bund wird daraufhin in Deutsches Reich umbenannt. Elsass-Lothring, das nach dem Krieg von Frankreich abgetreten wurde, wird als Reichsland Teil des Reiches. 1890 tauscht das Reich mit dem Vereinigten Königreich die vor Ostafrika legende Insel Sanzibar gegen die in der Nordsee gelegene Insel Helgoland. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg kommt es zu einer Reihe von Gebietsabtretungen und Volksabstimmungen. Ohne Volksabstimmung werden fast die gesamte preußische Provinz Posen und Westpreußen sowie Teile der Provinz Schlesien an Polen abgetreten. Das Sulcina Ländchen, ein kleiner Teil der preußischen Provinz Schlesien, wird an die Tschechislawakei abgetreten. Aus der preußischen Rheinprovinz werden Olpen und Malmede herausgelöst und an Belgien gegeben. Elsass-Lothring geht an Frankreich. Der Völkerbund schafft eine Reihe neuer, unabhängiger, administrativer Gebiete, zum Beispiel das Saargebiet, die freie Stadt Danzig und das Memelland. Letzteres wird 1923 von Litauen besetzt. In der preußischen Provinz Schleswig-Holstein kommt es zu einer Volksabstimmung. Aufgrund des Ergebnisses aus Zone 1 wird Nordschleswig an Dänemark abgetreten. In der preußischen Provinz Ostpreußen kommt es zu zwei Volksabstimmungen. Die Bevölkerung dort entscheidet sich mehrheitlich für den Verbleib beim deutschen Staat. Nach mehreren gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polen und Deutschen kommt es in der preußischen Provinz Oberschlesien zu einer Volksabstimmung. Zwar entscheidet sich eine Mehrheit für den Verbleib beim deutschen Staat, jedoch wird das Gebiet durch die Alliierten geteilt und Ostoberschlesien an Polen abgetreten. Bei der Volksabstimmung 1935 im Saargebiet entscheidet sich die Mehrheit für die Rückkehr zum deutschen Staat. Durch die aggressive Außenpolitik der Nationalsozialisten gelingt der nach dem Ersten Weltkrieg von der Republik Österreich und dem Reich geforderte Anschluss Österreichs an den deutschen Staat. Auf Druck der Nationalsozialisten werden die von deutschen besiedelten Randgebiete der Tschechoslowakei unter dem Namen Sudetenland an das Reich abgetreten. Nach der Unabhängigkeitserklärung der Slowakei von der Tschechoslowakei wird der tschechische Teil von deutschen Truppen besetzt und als teilsouveränes Territorium Protektorat, Böhmen und Meeren dem Reich angeschlossen. Auf Druck der Nationalsozialisten übergibt Litauen das Memeland zurück an das Reich. Am ersten Tag des Zweiten Weltkrieges erklärt die Nationalsozialistische Regierung Danzigs die Freistaat Danzig zum Teil des Reiches. Die Republik Polen wird zwischen der Sowjetunion, der Slowakei und dem Reich aufgeteilt. Der Westen der deutschen Hälfte wird über die Grenzen von 1920 hinaus annektiert. Der neu eingerichtete Regierungsbezirk Zichenau sowie der Zipfel von Suwalken werden der preußischen Provinz Ostpreußen zugeschlagen. Aus Resten der ehemaligen preußischen Provinz Westpreußen sowie der freien Stadt Danzig und dem annektierten Gebiet wird der Reichsgau Danzig-Westpreußen gebildet. Ostoberschlesien inklusive Erweiterungen werden der preußischen Provinz Oberschlesien zugeschlagen. Zudem wird der Reichsgau-Warteland gegründet. Der Osten der deutschen Hälfte wird zum Reichsnebenland-Generalgouvernement. Das Industriegebiet inklusive der Stadt Lodz, die später in Litzmannstadt umbenannt wird, werden vom Reich annektiert. Das Reich annektiert von Belgien das Gebiet von Olpen und Malmedie und stellt somit die Grenzen von 1920 wieder her, erweitert sie jedoch um das hohe Wenden. Luxemburg, Lothringen und Elsass werden zwar separat durch Chefs der Zivilverwaltung, CDZ, administriert, sind jedoch praktisch Teil des Reiches. Theoretisch jedoch betrachten sie das Reich nur als besetzt, bis sie durch einen Vertrag formell eingegliedert werden. Slowenien wird zwischen Italien, Ungarn und dem Reich geteilt. Die CDZ-Gebiete Untersteiermark sowie Kärnten und Kreien werden eingerichtet. Vier Gemeinden im ehemals slowenischen Übermurgebiet werden dem CDZ-Gebiet Untersteiermark unterstellt. Durch den Krieg gegen die Sowjetunion werden ehemals polnische Gebiete erobert. Im Süden geht Ostgalizien als Distriktgalizien an das Generalgouvernement, während im Norden das CDZ-Gebiet Bezirk Bialystok eingerichtet wird. Der Amtsbezirk Trotschin wird vom Reich annektiert. Die Stadt Grotno und ihr Umland werden dem Bezirk Bialystok angeschlossen. Am 26. Juni 1943 wird das Deutsche Reich offiziell in Großdeutsches Reich umbenannt. Die Grenze des Reiches wird zugunsten des Bezirks Bialystok begradigt und auf die Nordseite des Augusto-Kanals zurückverlegt. Durch die Kapitulation des Reiches verliert es alle Gebiete, die während des Krieges annektiert wurden oder völkerrechtswidrig in seinen Besitz gelangt waren. Zudem werden aus politischen und Bestrafungsgründen Österreich, Danzig, das Sudeten und das Memelland vom Reich getrennt. Sein Gebietstand wird auf den 31. Dezember 1937 festgelegt. Die Organe und Verwaltungen des Reiches sind durch die Beschlüsse der Alliierten handlungsunfähig und werden durch Besatzungsbehörden ersetzt. Obwohl das Reich unorganisiert ist, besteht es juristisch fort. Durch Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 werden im Westen die Organe und Institutionen des Deutschen Reiches unter neuem Namen wieder handlungsfähig. Das Reich wird quasi in Bund umbenannt und der theoretische Gebietstand vom 31. Dezember 1937 hat weiter Bestand. Nach einer Volksabstimmung tritt das Saarland dem Bund als Bundesland bei. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Belgien Grenzgebiete des deutschen Staates okkupiert, die es am 28. August 1958 teilweise an die Bundesrepublik zurückgab. Diese sind der Aachener Ortsteil Bildchen, Teile des Ortsteils Kalter Herberg, des Ortes Losheim und Hemmeres. Der Ort Losheimer Graben, Teile des Dorfes Leykaul und einige Forstgebiete verbleiben endgültig bei Belgien. Auch die Niederlande hatten Grenzgebiete okkupiert und gaben diese teilweise 1963 zurück. Insbesondere Südervik, Elten, Gebiete bei Sieben-Gerwald, Arken, Sittat, Ubach-Oberworms, Kerkrade und Eigelshofen. Der Wielerberg verbleibt endgültig bei den Niederlanden. Der Bund erkennt die Existenz der Deutschen Demokratischen Republik zwar staatsrechtlich an, vermeidet aber die formale Anerkennung als Völkerrechtsobjekt. Dies dient dazu zu unterstreichen, dass alleine die Bundesrepublik Deutschland der deutsche Staat ist und die DDR lediglich ein temporär auf dem Territorium des deutschen Staates installierter Körper ist, dessen Gebiet mit dem deutschen Staat wieder vereint werden muss. Zudem wird bis zu einem endgültigen Friedensvertrag des deutschen Staates mit den Alliierten am 1945 zugewiesenen Gebietsumfang mit dem Stand von 1937 festgehalten. Am 3. Oktober 1990 treten die fünf wiederhergestellten Länder der Deutschen Demokratischen Republik dem Bund bei. Die DDR hat damit aufgehört zu existieren. Die vier Sektorenstadt Groß-Berlin tritt als Bundesland Berlin dem Bund bei und kann die Hauptstadtfunktion wieder übernehmen. Die westlichen Sektoren gehörten zwar schon vorher praktisch zum Bund, beziehungsweise die östlichen zur DDR, theoretisch aber war die gesamte Stadt vorher weder Teil des Bundes noch der DDR, sondern bildete eine eigene Einheit. Der Friedensvertrag in Form des 2-plus-4-Vertrages mit den Alliierten definiert das Territorium des deutschen Staates als das 1990 gültige Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins. Im Gegenzug für die Erlaubnis der Alliierten zur Wiedervereinigung verpflichtet sich der Bund, keine Gebietseinsprüche auf andere Gebiete des Reiches zu erheben. Das heißt insbesondere die Anerkennung der 1945 de facto, jedoch nicht völkerrechtlich erfolgte Abtretung der Gebiete östlich der Oder- und Neiße-Linie an Polen und die Sowjetunion bzw. Russland. Die Wiederherstellung der territorialen Einheit und Unabhängigkeit des Bundes wird für abgeschlossen erklärt.